Hey, wie geht's euch? Habt ihr Lust auf spektakuläre Sounds und tolle Rhythmen? Dann lasst euch überraschen. Ich gehe jetzt an mein Instrument und dann werden wir die nächsten Minuten ein bisschen Musik machen. Und zwar werde ich ein gemischtes Repertoire spielen und mal so ein bisschen ein Spektrum von dem zeigen, was da so geht. Ich wünsche euch viel Spaß. Leichter Swing. Glenn Miller lässt grüßen. Musik Oder wie wäre es mit einer Big Band? Musik Oder vielleicht gefällt euch ja auch ein Instrument ganz gut. Nehmen wir zum Beispiel Dudelsack. Musik Panflöte Musik 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 Trompete Musik 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 Oder was Müßiges, Bombastisches. Oder natürlich. Schlager! Kölsch Tön. Grüße an die Heimat! 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 Oder auch etwas Volksmusik. Grüße an die Heimat! Grüße an die Heimat! Grüße an die Heimat! Grüße an die Heimat! Eine ganze Walkbett! Grüße an die Heimat! Grüße an die Heimat! Grüße an die Heimat! Untertitelung des ZDF, 2020 Oder ein richtiger Disco-Roof So, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis dann mal. Also, euer Fangy.